Willkommen zurück bei Minecraft Hexit. Mal schnell das Mikro gerichtet. Und wir waren letztes Mal beim Sammeln von den Bricks. Und die habe ich hier schon alle durchgeschmolzen, damit das schneller geht. Hier sind alle. Mein Mikro ist an, das ist gut. Und ja, damit es schneller geht, ich hole mir den einfach jetzt gleich mal raus. Und lege alles, was ich im Moment nicht brauche, wie zum Beispiel das da. Da haben wir immer noch Lehm. Aber das wäre dann zu viel gewesen. Das lege ich mal hier in die Truhe. Damit ich hier mal den ganzen hier rein machen kann. Obwohl, das behalte ich mal. Die Spitzhacke lege ich mir auf die 1. Und tu mir mal den ganzen hier unten rein. So. Folgendes. Jetzt. Ne, die Truhe muss ja weg. Mist. Das ist jetzt blöd. Obwohl, das passt mir eigentlich alles ins Inventar. So. Ich weiß, ich mache es gerade mit der Spitzhacke. So. Jetzt gucken wir mal. Den macht man... Wenn ich jetzt eine Workbench hätte, wäre das Ganze noch viel besser. 1, 2, 3, 4. Workbench. Die Kiste kann ich eigentlich gleich hier reinballern. Oh, da waren zwei Stück Mist. Das haue ich da auch einfach mal schnell rein. Das sortiere ich nachher. Obwohl, ich mache einfach mal jetzt hier, ne? Ich sortiere es mal ein. Wo ist... Stein ist da. Kies. Glas. Sand. Stein. Ne, da Grünzeug. Kies. Erde. Ja, ich muss da wieder mal ein bisschen reinkommen. Ich habe mir so einen Pinguin-Slot geholt. Weil vielleicht machen wir nachher noch mal was mit Pinguin. Wer weiß. Ähm... Wolle müsste hier sein. Zack, zack. Das Sonstige ist, da packe ich mal die Rucksäcke rein. Erstmal. Und den Lehm. Und... Der Rest bleibt ja sowieso im Inventar. Dann stelle ich mir, würde ich mal sagen... Hier mal die Workbench hin. Ja, so macht man die anscheinend. Zack. Was? Da haben wir nur drei Stück rausbe... Ja, doch, das kann schon sein. So, 57. Müsste... Hä? Okay, ähm... Jetzt machen wir das nämlich folgendermaßen. Vier Stück. Und vier Stück. Mist, das wird unsymmetrisch. Also gehe ich hier nochmal eins rein. Damit das schön alles symmetrisch wird. Weil das Ding ist ja drei breit. Das mache ich wahrscheinlich jetzt den nächsten... Oh, nein! Den nächsten zwei Folgen... Mache ich das jetzt so. Und wenn wir endlich den Hammer dann haben... Und man kann sich ja alles mögliche damit craften. Neue Schwerter und so weiter und so fort. Ja, baue ich hier gleich wieder zu. Der Boden muss auch gleich raus, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe zu wenig Aufnahmen für Köln. Und ich lade die ja jetzt daheim alle hoch und dann stelle ich sie gerade auf Privatstellen. Und dann in Köln einfach entsperren. Sozusagen. Und da bin ich gerade fleißig dabei und merke, ich habe zu wenig Aufnahmen. Ich brauche noch zwei, drei Stück. Und dann hat sich das... So, mit dem Hammer wäre ich jetzt schon längst fertig. Das sieht man mal wieder. Bei solchen Arbeiten den Hammer benutzen ist kein Cheaten. Ist einfach nur eine Arbeitserleichterung. Moment mal. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Da kommt... Hä? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Also kommt hier... Hä? Hier nochmal 3 Und hier nochmal 3 Da kommen jetzt die Steine rein So ist schon mal richtig. Doch, dann habe ich mich vertan Hä? Wie konnte ich mich so verzählen? Oder bin ich gerade ein bisschen durcheinander? Ja, doch, ich glaube, das war... Ja, das war schon richtig. Ja, ja, stimmt. Da ist ein Spriter, sieht man ja hier. Hier war ja was... Ja, passt schon. Gut, ähm... Weiter geht's mit... Ja, mit dem da. Den macht man, ähm... Schmelzerei-Kern Ah, okay, 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 okay. Deswegen habe ich mir die da hingestellt, da kann man nämlich einfach schön drauf zugreifen. Und ist ja kein Cheaten, wir gucken hier nur ab, wie es funktioniert. Schmelzerei-Kern und ich glaube, ich... Ich brauche auch gleich den Hahn, genau. Einen Tiegel brauche ich noch. Und wie geht's? Der nochmal versenkter Tank. Ein Glas in der Mitte. Gut, ähm... Wir brauchen ja nur einen. Und da wir das hier unten bauen, das finde ich ziemlich gute Location. Da kann man nämlich einfach mal... So. So, der Schmelzziegel... Wo ist er denn jetzt da? Der kommt... Daher. Hä? Der kommt daher. In der Mitte ein Stein. Außenrum Stein. Und jetzt ist er schon an, wie man sieht. Ein Lava-Eimer könnte ich vielleicht auch gleich mal haben, wenn ich noch einen da habe. Nein. Da gehe ich mal ganz kurz in den Nähter, weil da brauchen wir ein bisschen mehr Halt. Obwohl, vier dürften erstmal reichen. Wuii! Das ist so praktisch, man muss nichts mehr beachten. Man hilft einfach hier runter. Da hau ich dann mal fünf Eimer rein. Halt! Bevor ich da reingehe, ne? Habe ich eigentlich noch eine Rüstung an? Oder habe ich die jetzt... Ich bin ja einmal gestorben beim Subnail machen, bin ich ertrunken. Deswegen habe ich mir einfach so eine Billigrüstung angezogen. Zum Glück bin ich da jetzt nicht rausgesprungen. Und sofort wieder zu... Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind... Mal schauen, ob es reicht. Ne, reicht nicht. Aber wir sind schon mal ein bisschen weitergekommen. Kann ich da noch... Ja, da kann ich noch drüber hüpfen. Das ist gut. Und zurück. Los, 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 zurück. Hier kommt auf jeden Fall schon mal nichts rein. Außer natürlich, wenn ein Garst... Ein Garstiger und... Ah, die Sonne. Cool. Boah, du bist so doof. Ein Schokopedia, da freue ich mich aber. Das haue ich mal hier unten rein. So. Komm, weißt du was? Da fahren wir einfach mal hoch. Das geht schneller. Also wenn ich da jetzt irgendwie da rumhüpfe... Runter ist es schneller. Aber hoch ist es definitiv mit der Achterbahn schneller. Weil man da eben... Hallo? Bist du doch gar nicht... Ah, das war gerade irgendwie verpackt. So, dann wollen wir mal... Nummer... Wieso hat er jetzt nicht... Hä? Einer... Ach so, stimmt. Ich muss ja alle vier... Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich... Zack, zack, zack. Vier Eimer müssten den eigentlich komplett... Ne, vier Eimer passen gar nicht rein. Dann passen anscheinend nur... Doch, vier passen rein, aber ich habe fünf gehabt. Dann tue ich den mal vorsichtshalber da wieder rein, damit hier keine Unfälle passieren. Ich brauche versenktes Glas. Wie funktioniert das?